Mit dem UV Warp Modifier können wir mit Hilfe von zwei Meshes die UV Map steuern. In unserem Beispiel haben wir ein Menü aus einem alten Spiel genommen und wollten nun eine Steuerung erstellen. Dafür haben wir nur eine Plane mit der Textur versehen und zwei Affenköpfe erstellt. Der rote wird als Startpunkt dienen, an den sich der blaue, also der Cursor wenn man so will, orientiert. Dann haben wir den blauen eine Animation gegeben. Um das Gleiten zwischen den Bildern zu vermeiden, haben wir keinen Platz zwischen den Keyframes gelassen. Somit bewegt sich die Animation nur auf vier Frames. Nun selektieren wir unsere Plane und gehen auf Add Modifier und dann auf UV Warp. Mit UV Center können wir bestimmen wo unser UV Mittelpunkt ist. Wobei 0,5 und 0,5 die Mitte 0,0 unten links und 1,1 oben rechts entspricht. Bei den UV Axes geben wir an, wie die Achsen, auf die wir unsere Affen voneinander bewegen, gewertet werden sollen. Das heißt, damit auch die Image Datei runterscrollt, wenn wir unseren Affen runterziehen. Dann müssen wir noch angeben, welche Objekte berücksichtigt werden müssen. In unserem Fall ist das Affe 1 und Affe 2. Dann können wir mit Vertex Group wieder nur einen ausgewählten Bereich manipulieren und mit UV Map die betreffende UV auswählen.